Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute am 27. November 2024 war es wieder soweit. Auf der Plattform Steam startete der jährliche Herbst-Sale. Dieser wird noch bis zur kommenden Woche am 4. Dezember 2024 in 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehen. Und im Rahmen dieses Herbst-Sales habt ihr auf Steam wieder die Möglichkeit, sehr viele Spiele deutlich günstiger zu bekommen. Und dazu zählen natürlich auch die Produkte von Dovetail Games, wie zum Beispiel Transomwirt 5, Train Simulator Classic oder City Transport Simulator Tram. Und nicht nur die Spiele sind günstiger, sondern auch die Add-ons, also die dazugehörigen DLC. Gerade bei Transomwirt 5 gibt es bis auf 5 Ausnahmen alle weiteren DLC deutlich günstiger. Die meisten sind rabattiert bis um die 50%. Es gibt sogar ein DLC, eine deutsche Strecke, die ihr sogar mit 80% Rabatt bekommen könnt. Wir gucken uns aber erst einmal an. Auch auf das Basisspiel von Transomwirt 5 gibt es Rabatte. Hierzu sei gesagt, die günstigste Möglichkeit, TSW 5 zu bekommen, das ist nach wie vor das kostenlose Free-Startup-Pack, was noch bis Anfang 2025 erhältlich sein wird und euch einen kostenlosen Einstieg bzw. Umstieg auf TSW 5 ermöglicht. Hier gibt es aber nun auch auf die weiteren Editionen von TSW 5 Rabatte, so beispielsweise auf die regionalen Editionen, das heißt, wo eine der drei neuen Strecken dabei ist, aber ihr hier auch auf die Standard-Editionen, welche alle drei neuen Strecken, also die West Coast Mainline von London nach Milton Keynes, die Strecke Frankfurt-Folda-Kinzig-Talbahn sowie die San Bernardino-Line, hier gibt es bereits schon 35% Rabatt auf die Standard-Editionen. Gefolgt von der Deluxe-Edition, diese beinhaltet alles aus der Standard-Editionen und zusätzlich noch den Flix-Train sowie den Pendolino, die Class 390 und die amerikanische Strecke Cajon Pass und auf die Deluxe-Editionen gibt es satte 40%. Der Normalpreis der Deluxe-Editionen, der liegt bei 75,99 Euro und da lohnt es sich meiner Meinung nach schon für 40% zu greifen. Übrigens, egal welche Edition, selbst wenn ihr jetzt schon das Free-Startup-Pack habt, könnt ihr trotzdem jede dieser Editionen immer noch dazu kaufen. Und mit 45% Rabatt, da kommt die Transom World 5 Special Edition daher. Diese beinhaltet alles aus der Deluxe-Editionen sowie zusätzlich weitere Transom World-Strecken und Züge wie beispielsweise Kassel-Würzburg. Diese Edition kann sich lohnen, wenn ein Plattformwechsel bevorsteht oder ein Neueinstieg geplant ist. Der normale Preis hier beträgt um die 120 Euro und auch da lohnt es sich natürlich mit 45% Rabatt. Prüft aber bitte, welche DLCs ihr im Vorhinein schon im Besitz habt, ob sich diese Edition dann für euch wirklich auch eignet. Ja, und auch die DLC selber können ja auch einzeln erworben werden, wenn ihr beispielsweise schon die Standard-Edition habt, dann könnt ihr immer noch auf die Zusatzinhalte der Deluxe-Editionen, da könnt ihr die einzeln kaufen. Da gibt es 20% auf den Flix-Train und 20% auf den Pendolino. Und diese DLC liefern auch Gameplay im Falle vom Flix-Train für Frankfurt-Fulda mit. Und mit dem Schnellzug, da seid ihr auch zwischen London und Milton Keynes unterwegs. Auch einzelne DLC gibt es teilweise deutlich reduziert, wie gesagt, abgesehen von 5 DLC gibt es auf alle weiteren DLC-Rabatten. Auf die beiden neuen Strecken gibt es leider keine Rabatte. Und auf die neueren DLC von TSG, also die Baureihe 218 und die Baureihe 101 Expert sowie die Class 380, auch auf diese gibt es keinen Rabatt, aber auf alles andere gibt es teilweise deutliche Rabatte. Hier sehen wir zum Beispiel britische Strecken, schon etwas ältere Strecken wie Northern Transpannin, TT Sweaty Line, Westconville Local und die Five Circle Line, die vor kurzem eine kostenlose Verlängerung bekommen hat. Ja, und da gibt es auch satte Rabatte. Hier hat man auch diese Auswahl so angepasst, dass es sind alles die DLC, die dann für zusätzliches Gameplay auf der neuen Strecke Preston-Carly sorgen. Ja, und auch bei den amerikanischen Strecken ist die Auswahl jetzt hier im Bild so angepasst, dass ihr Fahrzeuge von diesen Strecken auch auf der neuen MBTA-Commuter fahren könnt. Rabatt gibt es auf die älteste Strecke Sandpatch-Grade von 50%. Es gibt auf den Sherman Hill, die Strecke wurde ja mal geupgradet auf TSW 3, da gibt es ebenfalls 50%. Und auf die legendäre Haarshow-Curve, wo wir vor kurzem unterwegs waren, da gibt es genauso 50% Rabatt. Ja, also ihr seht, das kann sich durchaus sehen lassen. Aber den Hammer, den bietet echt eine deutsche Strecke, nämlich die Main-Spessert-Bahn mit 80% Rabatt. Diese verbindet Aschaffenburg mit Miltenberg. Und außerdem habt ihr dann über einen Fahrplan-Layer auch die Möglichkeit, den Desiro, die Baurei 642 auf Frankfurt-Folder zu fahren. Dann bleiben wir in Bayern. Es gibt auf die Main-Spessert-Bahn 50% Rabatte, dann 60% Rabatt auf die längste TSW-Strecke von Kassel nach Würzburg. Wir waren heute unterwegs. Und auf die für viele schönste deutsche Strecke, nämlich die Niedertal-Bahn von TSG. Auch diese gibt es jetzt mit 30% Rabatt. Also satte Rabatte. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort könnt ihr auch Transim-Wirte 5 für einen Steam-Award eine Stimme geben, also nominieren. Und zwar in der Kategorie Sit, Back and Relax. Das heißt, hinsetzen und entspannen. Ja, wenn ihr also der Meinung seid, dass dieses Spiel hierfür nominiert werden sollte und einen Steam-Award gewinnen sollte, dann könnt ihr da kostenlos dieses Spiel dafür nominieren. Ja, auch für den City-Transport-Simulator Tram, der sich ja aktuell nach wie vor im Early Access befindet, auch für dieses Spiel gibt es aktuell auf den Early Access-Preis 30% Rabatt. Entwickelt wird das Ganze von VueApp und der DTG fungiert hier als Publisher. Auch der Train-Simulator Classic darf natürlich bei so einer Aktion nicht fehlen. Hier gibt es auf das Basisspiel 50% Rabatt. Die Besonderheit von dieser Edition liegt darin, fünf Strecken aus fünf Ländern, unter anderem auch die Strecke Dresden-Riesa ist zum Beispiel dort enthalten, so wie die österreichische Strecke von Garmisch-Partenkirchen nach Innsbruck. Ja, außerdem die englische Strecke von Washington nach Baltimore sowie eine englische Strecke. Also auch hier kann man sich das Spiel anschauen, der Trend-Simulator Classic ist aber nur auf dem PC spielbar. Ja, wir sehen auch hier, dass es auch auf viele weitere DLC teilweise deutliche Rabatte gibt, also Portsmouth Direct Line zum Beispiel oder hier auf München-Augsburg. Ja, und hier sehen wir sogar auf London Favashem High Speed, da gibt es 80% Rabatt. Ja, und wir sehen hier auch einige Bekannte, denn einige Strecken, die es mittlerweile auch in TSW gibt, wie ihr hier seht, die gab es früher und gibt es bereits schon viel längere Zeit auch für den Trend-Simulator Classic. Ja, und das waren so die Highlights. Die komplette Liste, die könnt ihr euch auf Steam anschauen. Einfach nach Trend-Simulator 5 oder den Trend-Simulator Classic suchen und dann ein bisschen nach unten scrollen und euch mal die DLC-Liste angucken. Es gibt auch fast alle DLC-Rabatte. Das, was ich euch hier gezeigt habe, das waren die Highlights. Ja, was ist eure Meinung zum Steam Herbst-Sale 2024? Werdet ihr im Steam-Sale shoppen gehen? Und für welche Spiele und oder DLC entscheidet ihr euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und dann noch einen schönen Start in das Wochenende. Habt bis zum nächsten Video eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.